Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite-Gegenstand-Shop vom 9.3.22. Ich würde sagen, wir switchen direkt mal in den Item-Shop und schauen uns das Ganze doch einmal genauer an. Let's do them go! Soweit ich sehen kann, haben wir auf jeden Fall kein neues Paket am Start und heute einen relativ kleinen Shop. Täglich der Bereich, vorgestellter Bereich, die ganzen anderen Items sind schon mittlerweile raus, wie ich sehen kann. Wir fangen dann im täglichen Bereich an und arbeiten uns weiter. Wir haben hier unterschiedliche Emotes. Fangen wir mit dem Fußwahnsinns-Emote an. Der ist nach 50 Tagen zurück. Dann haben wir hier sogar ein bisschen, ja gut, interessante Emotes. Was ist das denn hier? Poké haben wir da am Start. Ist nach 33 Tagen wieder zurück. Dann geht es einmal weiter und zwar zu dem Emote hier unten. Schwere Schritte ist nach 53 Tagen wieder zurück. Da, meine Freunde, geht es einmal hier rüber und zwar rundes Repertoire ist nach 521 Tagen wieder zurück, oder? Ja, das ist nach 521 Tagen wieder zurück, angeht. Dann geht es einmal weiter und zwar zu Wüstendominiererin. Die ist nach 31 Tagen wieder zurückgekehrt. Dann haben wir nochmal hier Shogun. Der ist nach 56 Tagen am Start. Wir gehen einmal weiter nach oben. Wir haben das komplette Raben-Paket zurück. Nach 34 Tagen sollte man auf jeden Fall, ja, nicht schnell darauf eingehen. Er ist halt, sag ich mal, 0815 mittlerweile. Hat schon jeder. Dann geht es einmal weiter nach oben. Hier haben wir einmal ein Emote. Und zwar ist er nach 9 Tagen wieder zurück. Und zwar flatterhaftes, ja, Tanzgedächtnis. Sollte auch jeder kennen. Den Chicken Skin haben wir ebenso am Start. Nach tatsächlich 317 Tagen. Also relativ selten, inklusive seinem Gleiter und seiner Spitzhacke. Wir gehen dann einmal weiter. Und zwar hier rüber zur Trinity Trooperin. Die nette Dame ist nach einem Monat wieder da. Und dann haben wir nochmal Pitstop und die männliche Version Sturmraser. Inklusive der Spitzhacke High Octane. Ist alles nach 33 Tagen wieder zurückgekehrt. Und das, meine Freunde, soll es aber dann auch schon hier soweit mit dem Video gewesen sein. Eure Meinung gerne unter den Kommentaren. Ich würde mich dann verabschieden und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Haut rein, geht mit dem Flow. Euer Frams und ciao. Euer Frams und ciao.